Ahoi erstmal, moin moin, der Hotspot im Hintergrund, das Löwendenkmal gleich nebenan, das ist doch hier so in Luzern wirklich der Hotspot an sich, die Massen strömen aus Japan, aus den USA, Indien und ja, ich denke, dass meine Arbeit da so richtig platziert ist, die zeigt doch einfach einen zentralen Punkt in Mitte Europa und ich denke mal, ich könnte hier ein Zeichen setzen, auf jeden Fall, wenn es wirklich eine Fluchtoption ist von Leuten, die eher vorbeigehen, aber doch mal einen Blick reinwerfen in die schönen Räumlichkeiten des Alpinons und der Produzentengalerie. Also ich hoffe, dass es noch sehr viele Besucher gibt, heute Abend ist es ein sehr schöner Abend. Doch, es halten sich einige hier auf und mal schauen, wie so die erste Reaktion ist. Was ich Ihnen auch gerne vorstellen möchte, ist unsere wirklich schöne kleine Broschüre, hier, die hier, also kleines Magazin sozusagen, unser Logbuch der drei Künstler und Künstlerinnen. Und es ist eher fast wie so ein Notizbuch, kann man auch super genial mit in den Urlaub nehmen, ein paar Notizen locken und ja, macht einfach Spaß, das durchzublättern. Und ich hoffe, dass es viele begeisterte, dass Leute uns draufhieren und beschriften. Genau. Und ich hoffe, dass die erste Reaktion ist. Vielen Dank. Ahoi!